Hallo, herzlich willkommen. Hier möchte ich kurz demonstrieren, wie wir mit der AXMAT-App bei der Failsafe-Variante die Sicherheitsposition einstellen können. Dazu öffnen wir die App, wählen den Antrieb, wählen Befehle aufrufen, geben das Passwort ein, verbinden den Antrieb und gehen auf Einstellungen an dem Zahnrad. Hier sehen wir im unteren Bereich den Bereich Failsafe. Aktuell steht die Sicherheitsposition offen. Wir können die Sicherheitsposition auf Beschlossen setzen oder je nachdem auch inaktivieren. Also wir wählen den entsprechenden Modus, bestätigen das Ganze und haben somit die Sicherheitsposition entsprechend eingestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bar-gmbh.de. Vielen Dank.